Und damit ein herzliches Willkommen zu Elden Ring, schön dass du wieder eingeschaltet hast, heute zeige ich euch die besten Farming Spots in Elden Ring, wo ihr zwischen 100.000 und 10.000.000 runen farmen könnt. Und falls euch das Video gefällt, lasst mir doch gerne ein Like da, ein Abo wäre auch schön, und ich würde sagen fangen wir gleich an. Wir fangen hier natürlich an dieser Location hier an, bei der Ruine eines Wegpunkts, bei der Zauberin hier unten. Denn wie der ein oder andere weiß, gibt es hier unten eine Karawane, und die kann man hier natürlich ganz easy ausschalten. Also würde ich natürlich hier den Anfängern von euch empfehlen. Ihr könnt natürlich diese Blumen hier auch weg machen, denn für den Anfang braucht man hier natürlich jede Rune, die man kriegen kann. Und falls ihr auch hier ein Bild sehen wollt, wie Zauberbild oder Blutbild, da schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, lasst es mich wissen, da kann ich euch dazu auch mal ein Video machen. So, hier vorne haben wir auch schon unsere Gegner, hier fängt auch schon unsere Farmingroute an, und zwar, wie immer Freunde, diese Riesentrolle hier ausschalten, denn die geben uns 1200, und für den Anfang ist das recht viel. Ihr müsst halt natürlich, euer größtes Problem wird hier dieser reitende Typ da sein, auch so ein Pferdchen, aber wenn ihr den da ausgestaltet habt, sollte es ja nicht übelst einfach sein. Außer ihr stellt euch gerade so an wie ich, so, den hätten wir auch, ja da seht ihr, der gibt euch auch nochmal 1200, und hier solltet ihr auch durch die kleinen Gegner 10.000 Rune pro Run rausbekommen. Also ich würde euch empfehlen, hier diese ganzen kleineren Gegner hier auszuschalten, und die, wo da hinten an der Steintafel, da stehen auch. Genau, Freunde, natürlich will man sehr, sehr defensiv spielen, und als hätten wir auch schon den ersten Farming Spot hier abgeklappert. Dann sehen wir uns gleich beim nächsten Farming Spot, Freunde. So, Freunde, Farming Spot Nummer 2, wir befinden uns hier bei der Hütte des Kriegermeisters, hier halten wir uns jetzt südlich, denn hier oben gibt es ein Feld, das voll mit Trollen ist. Das müssen 5-6 Trolle sein, die könnte ich hier ganz einfach auch rausschalten, ich würde euch hier natürlich empfehlen, falls ihr etwas unter Levelzeit, dann natürlich hier auch ein Pferdchen, einfach so, wie ich jetzt einfach drumrum reiten und den Troll so zu Fall bringen, aber für die anderen, ihr könnt das hier natürlich auch einfach so machen, und die Trollen einfach ganz schnell ausschalten, zack, den hätten wir auch rausgeschaltet, und die droppen wir auch, wie schon gesagt, 1200. Ist auf jeden Fall effektiver als die Karawane, würde ich euch aber eher empfehlen, wenn ihr ein besseres Gear habt. Genau, Freunde, dann schlachte ich hier die ganzen Trollen ab, zack, hier vorne haben wir auch einen, ganz einfach machen wir das, Freunde. Natürlich mit unserem Blutpferd verursachen wir hier natürlich auch noch Blutungsschaden, der sich ja auch noch auf die Trollen auswirkt, also umso besser für uns. So, da hätten wir die hier ausgeschaltet, und wie schon gesagt, da hinten wäre jetzt noch einer, aber das war es hiermit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim nächsten Runen-Spot, Freunde, let's go. So, Freunde, Spot Nummer 3, wir befinden uns hier unten beim Lennesturm, in dieser etwas roten Gegend, und falls ihr wissen wollt, wie ihr genau an diesen Ort hier kommt, Freunde, ich habe euch da ein Video verlinkt, wie man hier ganz einfach hinkommt. Denn da hinten gibt es noch einen Teleporter und so, da kommt ihr hier ganz einfach hin. Und zwar, das hier ist eigentlich der beste Farming-Spot für jeden, also das könnt ihr ja auch machen, wenn ihr gerade erst mit dem Spiel angefangen habt, denn hier müsst ihr niemanden umbringen, das einzige, was ihr machen müsst, Freunde, ist hier einfach rumzureiten, hier hinten kommt jetzt gleich eine Kugel um die Ecke. Genau, die spawnt jetzt, und das einzige, was wir machen müssen, wir halten uns einfach links von der Kugel, lassen die runterfallen, und da seht ihr, wir kriegen 2300 Punkte. Hier gibt es natürlich nicht nur eine Kugel, sondern zwei. Die andere ist hier unten, aber die ist ein bisschen schwieriger, würde ich mal so behaupten, Freunde. Also bei mir klappt die zweite Kugel hier sehr, sehr selten, weswegen auch immer. Genau, die hier müsst ihr auch runterfallen bringen, also jetzt nicht so anstellen wie ich, denn dann kriegt ihr nur 25 Punkte da raus. Na, Freunde, das macht ihr hier jetzt für eine Stunde, da könnt ihr locker 300.000 rausbekommen, denn es gibt hier auch Run-Gegner, ich weiß nicht, falls es euch schon aufgefallen ist, aber die haben halt so leuchtende Augen, und die bringen euch den fünffachen Wert, und das ist schon krass, und natürlich, wenn ihr hier den Skarabeos Tal, das man auch noch rausgerüstet habt, kriegt ihr natürlich noch 20% oben drauf anruhen, und falls ihr natürlich nicht wisst, wo man den finden kann, dann schaut auch gerne unter die Videobeschreibung, da habe ich euch auch Video zugemacht, natürlich abchecken, wichtig, und dann sehen wir uns jetzt gleich bei der vierten Location, Freunde. Let's go! So, Freunde, Spot Nummer 4 befindet sich hier oben an der Gabelung des Drachenbügels, also eigentlich so gesehen gleich hier nebenan vom Lennisturm, und zwar hier wird es ein bisschen tricky, also falls ihr nicht das Schwert der Nacht- und Flammenhaltung habt, oder jetzt hier nicht den Arturo-Zauber, könnt ihr es natürlich auch anders da anstellen, aber ich zeige es euch jetzt einfach so, weil es jetzt für mich hier so wahrscheinlich am schnellsten laufen wird, so, ich setze hier bei mir auf jeden Fall den Terra-Magicus-Zauber an, dann hier natürlich die Flasche mit der wunderbaren Arznei, und dann schießen wir den Drachen hier auch schon wieder zurück in die Hölle, denn ihr seht, jetzt verbrauche ich keine FP, und kann hier einfach meine Attacke unendlich spammen, und das war's mit dem Drachen, der droppt uns hier natürlich auf 4164 Runen, was eigentlich sehr, sehr hardcore ist, also hier könnt ihr locker um die 3 Millionen Runen in der Stunde fahren, Freunde, so, das ist natürlich nicht das Einzige, wo man hier Runen farmen kann, denn ihr könnt hier einfach den Berg hochreiten, und hier gibt es, ich glaube, um die 15 Gegner müssten es sein, und die droppen euch hier je 1354 Runen, was eine Menge ist pro Gegner, und ich würde euch auch empfehlen, hier sehr, sehr defensiv zu spielen, also nicht aggressiv, denn falls die euch hier einmal in ihren Fängen haben, dann wird das sehr, sehr schwer, die auszuschalten, wie in meinem Fall jetzt hier, ihr seht, folgen mich jetzt hier, aber ich bin ja hier schon ein Pro in dem Game, das macht mir hier nichts aus, zack, den machen wir auch weg, genau, und das sieht ihr, Freunde, unsere Runen steigen einfach ins Unermessliche, die werden einfach rich, so, okay, hier müssen wir nochmal ein bisschen defensiver spielen, so, die natürlich angreifen lassen, falls sie euch angreifen wollen, dann einfach zurückweichen, Ups, nein, natürlich, das meinte ich, Freunde, ihr müsst hier sehr, sehr aufpassen, die sind sehr aggressiv, Ups, okay, jetzt haben wir euch, okay, sehr schön, dann hätten wir hier hinten noch, ich glaube, da hinten müssen noch drei Gegner rumliegen, dann hätten wir den Farming Spot hier auch schon abgeklappert, also, wie schon gesagt, einfach die besten Runen Farms, was dies in diesem Spiel gibt, und falls ich euch bis hierhin jetzt schon überzeugen konnte, Freunde, dann lasst mir doch gerne ein Like da, ein Abo, um keine Videos mehr zu verpassen, zu Elden Ring, und das war's hier mit Spot Nummer 4, aber es wird natürlich besser, Freunde, jetzt begeben wir uns zu Spot Nummer 5, so, Freunde, jetzt befinden wir uns hier auf der Straße der Sünde, und hier halten wir uns einfach westlich, hier einfach die Straße entlang gehen, und hier seht ihr es auch schon gleich, hier vorne ist eine weitere Karawane, die wir hier ausschalten können, da wir jetzt hier in einem etwas schwierigeren Gebiet sind, bringen die Gegner uns hier natürlich auch noch viel, viel mehr, da seht ihr es hier kriegen wir pro Gegner 300, von diesem kleineren, von dem etwas stärkeren Krieg, kriegt man glaube ich auch 2000 raus, zack, 1.166, aber ist ja auch viel, also es ist jetzt nicht so viel wie beim letzten Freunde, denn da war es ja schon übelst krass, also was wir da pro Gegner rausbekommen haben, und dann beim Drachen töten, aber ich dachte mir, ich mache das jetzt einfach mal hier so, wie es auf der Karte halt abgebildet ist, erstmal von unten nach oben, so, weg mit dir, so, wenn wir diese kleinen Gegner hier weg haben, wird das hier natürlich viel, viel einfacher, diese gepanzerten Gegner hier auszuschalten, ups, da ist ja noch einer, ei, 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 sind ja überall, okay, so, ich würde mal sagen, wir verwenden nochmal den, Zauber hier, zack, trinken unsere, Arznei, und jetzt ballern wir hier einfach los, zack, und dadurch lichern wir beide, okay, jetzt hat man den einen dann nicht mehr, schade, nur noch einmal, sehr schön, gut, also hier ist der Zauber nicht so praktisch, würde ich mal behaupten, aber nichtsdestotrotz, kriegen wir hier unsere Ruhe raus, zack, er ist natürlich traurig, weil wir seinen Kollegen getötet haben, aber ihr seht, jetzt auch 2688 pro Troll, perfekt, das ist das mit dem Farming Spot, Freunde, wir sehen uns gleich beim nächsten, so, Freunde, Farming Spot Nummer 6, befindet sich hier im Windmühlen Dorf, hier müssen wir eigentlich nur hier hochlaufen, hier ist es natürlich auch noch einmal, sehr, sehr interessant, denn hier tanzen einfach die Damen herum, und die greifen euch nicht an, solange ihr die nicht angreift, und hier könnt ihr auch noch einmal, sehr, sehr viele Runen abgreifen, indem ich hier einfach die tanzenden Damen hier ausschalten, zack, wie ihr seht, droppen die hier pro Kopf 402, was eine Menge ist, und da seht ihr es von, das meinte ich das letzte Mal, es gibt Gegner, die haben diese Runen, und die geben euch einfach, viel, viel mehr Runen, so, dann würde ich sagen, ich lasse mal einfach die hier schnell weg, zack, da seht ihr es von, die haben uns einfach den 5-fachen Wert jetzt gegeben, und für die beiden haben wir jetzt einfach 2000 bekommen, zack, die machen wir jetzt weg, und das hier ist halt auch eine der schnelleren Runen Farm Methoden, Freunde, weil die hier einfach nur hochlaufen ist, die hier 3 da weg machen, und dann hier die, keine Ahnung, 10 da weg machen, und dann haben wir es eigentlich, so, und jetzt kommen wir natürlich zum Highlight, Freunde, der ultimative Runen Spot, wo ihr 10 Millionen Runen instant farben könnt, Freunde, in einer Stunde, das ist einfach krank, wir sehen uns gleich an dem Spot, Freunde, so Freunde, da sind wir auch schon, wer hätte es erwartet, wir befinden uns hier im Moklen Palast, in der Palast Allee, hier, Freunde, kriegt ihr einfach, am meisten XP raus, sorry, falls ich XP sage, Freunde, ich meine da mit die Runen, aber ich bin es halt nur gewohnt, XP zu sagen, genau, so, und zwar, die erste Methode wäre hier jetzt einfach, wir schießen diesen Vogel da hinten an, denn, wenn wir in Ark wohnen, dann wird er versuchen, uns hier zu attackieren, da seht ihr es, wir müssen ihn einfach dazu bringen, über die Klippe zu springen, und da gibt es uns jetzt schon 13.000, Freunde, 13.000, das ist einfach übelst krass, und das ist ja noch nicht das Highlight, ne, wir können hier noch, diese ganzen Moklen, sich hier abschlachten, und die geben uns pro Kopf, 2400, und ich glaube, hier liegen locker, so um die 10,15 von, von diesen Moklenz rum, natürlich auf die roten müsst ihr aufpassen, denn die greifen euch an, die sind auf jeden Fall ein bisschen aggressiver gestellt, zack, der ist leider runtergeflogen, so, ich hier noch einmal, zack, natürlich, wenn die euch mit ihrer, Kreisattacke da treffen, seid ihr meistens instant tot, deswegen, sehr, sehr defensiv hier spielen, Freunde, genau, aber ihr seht schon, also hier diese Moklenz, hier abzuschlachten, ist einfach sehr, sehr einfach, schau nochmal, habe ich hier hinten noch einen, wie wir sehen, ah ja da hinten, so manchmal überseht man hier auch einen, ganz einfach, weil die einfach da rum sitzen, und aussehen wie Leichen, so, aber das hier ist natürlich noch nicht, das Ganze hier, von der Hauptstraße, also ihr könnt hier natürlich nur, diese hier, töten, und den Vogel, also wie schon gesagt, der Vogel, der bringt euch einfach am meisten, zack, hier natürlich die Barthole, hier auch noch aufschalten, und dann, gibt es hier natürlich, noch den letzten Spot, Freunde, folgt mal einfach runter, wir müssen hier einfach den Weg, runter reiten, und dann gibt es hier hinten, einen riesigen Baum, und da laufen diese Moklenze, im Kreis herum, und falls ihr das richtig anstellt, also falls ihr auch das Schwert hier habt, dann könnt ihr einfach, so einen, perfekt platzierten, äh, Heap, in die Masse da rein schießen, und gleich mehrere auf einmal ausschalten, ich habe es hier leider nicht geschafft, das ist natürlich der Vorführungseffekt, Freunde, ihr kennt ihn, wahrscheinlich selbst, weil es in der Schule, über das Vortragen ist, oder so, und so, jetzt hat er, da kommt, da hat er dann das Spieß, er kommt aber von hinten, ei ei ei, wie gut, das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe, zack, aber ihr könnt ihr hier natürlich auch einfach so abschlachten, und wenn ihr die hier am abschlachten seid, werdet ihr hier wahrscheinlich auch noch deren Waffenfarm, ja, da seht ihr, der hat mich einfach hinterhältig überrollt, und die ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, ne, also ihr könnt ihn natürlich auch verschabeln für Runen, ich habe davon, ich glaube auch mindestens 10 im Inventar, aber dann war es das gewesen, Freunde, mit den Runen-Farm-Spots, falls das Video euch gefallen hat, wie schon gesagt, lasst mir doch gerne ein Like da, ein Abo, die Glocke natürlich aktivieren,